Und damit willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Wir haben jetzt vor, hier oben in diesen Bereich zu kommen. Zum nächsten Dungeon, wenn man das mal so nimmt. Hui, und ich fliege. Wir haben jetzt den Dreiersprung. Und wir haben jetzt schon so echt einiges, was wir jetzt erreichen konnten. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Jetzt bin ich hier richtig. Wunderbar. Wow. Na, euch hatte ich jetzt noch nicht berechnet. Und hier gibt's Energie. Okay. Hier weiß ich jetzt mittlerweile, was zu tun ist. Ha. Oh. Okay, die Tür auf. Okay. Da kommt der Stall des Todes. So, und jetzt? Erst mal speichern gehen. Und tschüss. Hahaha. Spiel gespeichert. Und da geht's nicht weiter, ne? War klar. So. Dann sind wir jetzt endlich mal wieder in einem neuen Bereich. Ich darf darauf nicht landen? Hahaha. Ja, moin. Das wird ja mal fieser. Das wird heftig. Das wird heftig. Ich. Ähm, wohin? Okay. 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 Hier kann ich unten lang. Da kann ich noch gar nichts machen. Also runter kann ich noch nicht. Das heißt also... Okay, mit dem... Ich möchte aber jetzt irgendwie erstmal... Da lang. Ich habe den Weg aufgekommen. Danke. Autsch. So. Okay, jetzt komme ich da irgendwie runter. Boah. Mama, 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 Mama. Oh. Oh. Okay, jetzt heißt es runtergehen. Das ist kochend heißes Wasser. Ja, moin. Ja. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ah, da kann ich hoch. Boah, das wäre total dämlich. Ja. Oh, ich habe es geschafft. Oh, ich habe es geschafft. Ja, moin. Jetzt muss ich ja wieder zurück, ne? Boah. Boah. Okay. Hier haben wir auch schon wieder 87%. Yeah. Ähm. Ich glaube, irgendwann kann ich diese Dinger mit Feuer aufmachen. Ach, komm. Jetzt wollte ich Energie sammeln und dann... Versaust du mir das so. Okay. Okay. Ein Level nur aus Feuer. Nibels Wärmequelle. Ihr ganzer Ruhm ist ausgebrannt. Lass uns vorsichtig sein, denn viele, die hierher gekommen sind, kehrten niemals zurück. Oh, weia. Oh, Mann. Der Horu-Berg. Das Element der Wärme ist nahe, doch der Berg. So habe ich ihn noch nie gesehen. Wir sind so weit gekommen, haben so viel verloren. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Wir müssen uns ins Gefecht stürzen. Das habe ich befürchtet. Ach, da unten kann ich mich hinter... What? Das ist unter der Lava. Ja. Ja. Achtung. Achtung. Was? 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 Ach so, darauf darf ich gar nicht die ganze Zeit stehen. Boah, danke. Äh. Boah. Nein. Nein. Oh, das gibt es nicht. Das ist ja... Wow. Wow. Na komm Ich kann keine Seelenverbindung einsetzen Rechtslang darf ich nicht Ich muss nach oben Ich weiß aber nicht wie ich das anstellen soll Weil das da unten Das leuchtet immer so ganz knapp Netterweise Oh hier darf ich speichern Ich muss irgendwie weiter nach oben Okay hier macht mehr Sinn Da darf ich doch auch nicht lang Ne da komm ich auch nicht lang Okay Okay Wow Links lang, rechts lang, links lang, rechts lang Links lang Okay Irgendwann bin ich jetzt hier Ich weiß zwar nur nicht wo Aber ich bin hier irgendwo Oh geil Da ist irgendwo ein Strahl Ach du meine Güte Wow 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 Ah ich hab's Ich hab's Das meine ich doch jetzt hier nicht ernst Oder Wenn ich da durchfliege Bin ich tot Uh ja Huh? Huh? Ah, okay. Jetzt ist der Auto. Jetzt komm ich rüber. Geht's ernsthaft? So, da haben wir das Lava schon mal gestoppt. Oder die Lava. Kann ich denn da unten jetzt irgendwas machen? Ich speichere erst mal, ja. Bevor ich da jetzt runterhüpfe. Ja, ich kann da jetzt zwar was machen, aber nicht wirklich viel. Wow. Jetzt wahrscheinlich das Ganze noch mal rechts machen. Das war easy. Das war sau easy. Das war die Schuhe des Gatswana. Das war die Schuhe des Gatswana. Oh, Nahrung. Ich glaub nicht, dass ich hoch muss. Genau. Oh, 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 oh. Oh, yeah, Baby. Du sprichst meine Sprache. Und sowas von meiner Sprache. Oh, 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 oh. Jetzt habe ich das gleich vorgelesen, ne? Voll plenplen bin ich. Auch damit hört die Lava jetzt auf. Okay. Das war knapp. Was ein bisschen Skill alles ausmacht. Oh, Kartenstein. Ich habe keinen. Was? Nein! Nein! Ich habe keinen. Egal, ich kann hier speichern. Oh, warte mal. Ich kann ja noch einen Skillpunkt vergeben, ne? Verteidigung. Was hatten wir hier? Drei, zwei. Erfordert. Ja, auf der Karte angezeigt. Fähigkeiten zählen werden auf der Karte angezeigt. Yay! So, also, wo habe ich jetzt hier einen übersehen? Wo bin ich denn? Da. Hier bitte. Da ist einer. Da ist einer. Genau, da ist einer, wo ich noch nicht hinkomme. Da ist einer, wo ich auch noch nicht weiß, wo ich da hinkomme. Das sind nur Erfahrungszellen. Okay. Also, hier gibt es gar keine Fähigkeitszellen zu finden. Das ist ja schon mal beruhigend. So. Weiter geht's. Ja, ich muss diese Dinger besiegen. Wow. Oder ich muss sie auch nicht besiegen. Denn das wäre echt heftig. Oder muss ich sie doch besiegen? Nur damit ich da hochkomme? Wow. Wow. Na, komm, schieß. Ich habe das echt geschafft. Ich hätte es jetzt echt nicht gedacht, ne? Kann die Lava da nicht mal langsam verschwinden? Ich habe das. Ah. Oh, Mann. Oh, Mann. Das wäre jetzt zu einfach Achso, Alter, da sahen auch noch zwei Gegner Ja Okay, warten Oder stoßt er mich dann zurück Wow, wow, wow Okay Komm, das schaffst du drohen Hat er das jetzt selber ausgemacht? Ja Das war jetzt echt unnötig hoch 10 Wenn Feinde in der Nähe sind, wo ist denn hier ein Feind? Ah, du bist ein Feind Wow Oh, komm Was muss ich jetzt hier machen? Um sein Licht einzusetzen Ah Oh, das hatte ich jetzt gerade nicht gesehen in den Bocken Und immer weniger Lava, immer weniger Lava, immer weniger Lava Das ist doch schön So, darf ich da jetzt raus? Nein, darf ich nicht Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg Oh, schön Die ganzen Plattformen sind weg Ja, moin Moin Moin, Hilfe Wow Wow Okay Hui, das war knapp Hui, ich hab's geschafft Also, Uri ist echt Ein herausforderndes Spiel, muss man sagen Herausfordernd Kein schlechtes Spiel, definitiv nicht Und es hat auch definitiv seine Qualitäten, aber Ah, jetzt gucken, 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 gucken Uff Und hier durch Ja, moin Alter, was wollt ihr von mir? Äh Uff 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 Als ob ich ein Kind kriege, ey Gut, ich weiß nicht, wie es ist, wenn eine Frau ein Kind kriegt Mal davon abgesehen, ich bin ja keine Frau, aber Äh, das ist jetzt hier wirklich gerade Puff Ja, da muss ich jetzt lang Na, super Wow Wow Oh nein Ich hab's Ich hab's befürchtet, sowas Wow Okay Oh, nein, 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 nein Erstmal gehen Oh, super, jetzt kann ich runter, hoch, links, rechts Ich hab so viele Wege Okay, das geht nicht, also muss ich da runter Ach, Mist, da darf ich ja gar nicht stehen Wow Aber weiter hoch, da darf ich doch gar nicht Okay Das hört damit auch auf Die Strahlen haben damit auch aufgehört Okay Langsam runter, langsam runter Ja, wunderbar Wir wissen, was ist da unten Nur was zum Auftanken Okay Egal Der da hinten, der könnte mir jetzt noch ein bisschen gefährlich werden Und jetzt hier zurück Ich glaub aber, da ist immer noch Lava Gut Dann sag ich hier an dieser Stelle jetzt Genau jetzt Und zwar ab sofort Oder wie auch immer Bis zum nächsten Mal Und ich bin euer Trohaut rein Tschö, tschö